Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Es ist endlich soweit, wir können einen neuen Dungeon bestreiten und können den sogar komplett abschließen. Denn wir haben im letzten Part Rudos Briefe halten. Richtig nice. Heißt wir können jetzt erstmal hier schön Soras Domain, Super Smash Bros. Mähne Musik. Ähm, haben wir hier eigentlich schon mal den gemacht? Oder geht das nur als Erwachsener? Eigentlich müsste das auch als Kind gehen, oder? Jo. Waren wir da schon mal drin? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jo, waren wir schon mal. Okay. Aber ich wollte nochmal kurz gucken. So, schön. Okay. Okay. Ähm, hier ist übrigens auch in dem Soras Shop der Krügeladen drin. Äh, der Krügeladen. Der, das Krughaus. Ne? Das, der Wachposten da. Aber, wir müssen da halt als Erwachsener rein. Äh, dann können wir da quasi das hier abgeben. Geht jetzt leider nicht. Schade eigentlich. So. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier trotzdem schon gut was gemacht, denke ich. So. Alles klar. Ich würde sagen, Lord Jabu Jabu kriegt jetzt erstmal einen Brief von seiner Tochter. Und dann gucken wir mal, was wir so machen können. Also, wir haben eine Höhle. Wir können vielleicht auch auf den Grund des Sees rüber. Oder runter. Whatever. Und Lord Jabu Jabu ist am Start. Das heißt, wir müssen eigentlich gleich nochmal einen Fisch fangen. Aber das ist ja jetzt so das Problem. Wie der einfach spawnen kann. Wie der einfach spawnen kann. Im Original halbe Stunde. Und hier. Wir haben jetzt auch im Majora's Mask die Silberhandschuhe bekommen. Ich bin gespannt, was wir damit machen werden. Ob wir damit überhaupt was machen können und müssen. I don't know. We will see. So. Fischihammer. Das heißt, Lord Jabu Jabu ist unser. Und theoretisch können wir uns hier direkt gleich mal eine Spinne mitnehmen, wenn hier gerade Nacht ist. Hier ist ja auch kein Nachtwechsel. Soweit ich weiß. So, guck' mal. Bottle of Gold Dust. Für Majora's Mask. Äh. Hm. Okay. Das heißt, wenn wir das nächste Mal das Wiedersehen, können wir das schmelzen und können dem das geben und dann können wir unser Schwert upgraden. Zweimal. Das ist gut. So. Dann haben wir hier eine Bombe. Und eigentlich eine Feenquelle. Aber ich glaube, Feenquellen haben wir mittlerweile alle. Deswegen. Ich habe die Vorhersage, dass hier der, äh, dass hier die Oma drin ist. So. Ich muss noch zweimal. Okay. Green Rupee. Ähm. Das ist hier die, der Magie Shop. M-Magie Shop. Ist hier drinne. Jo. Weil der hat noch gefehlt. Aber nützt mir jetzt halt auch nichts, weil ich habe den Pilz nicht, wenn ich jung bin. Richtig? Ja. Das heißt, hier muss ich als Erwachsener hin. Und dafür brauchen wir Zelda's Wiegenlied. Vorher müssen wir hier nicht mal anfangen. Mit so einem Zeug. Okay. Jetzt ist aber die Frage. Können wir vielleicht hier unten oder ist das nur als Erwachsener? Das ist die Frage. Aktuell sehe ich nichts. Kann auch sein, dass das Zeug nur als Erwachsener da ist. Äh. Ja, ich glaube schon. Schade. Okay. Also das müssen wir auch als Erwachsener holen. Dann geht's jetzt in Lord Yabu Yabu rein. Und ich hoffe, da kriegen wir irgendein geiles Item. Ne? Das wäre doch super. So, die zwei Skuldies haben wir geholt. Fischhammer. Rein geht's. Ich freue mich. So, dann rüste ich gleich mal unsere Kern-Items aus für diesen Dungeon. Boomerang. Und das war's eigentlich, ne? So, Lord Yabu Yabu. Lass uns mal rein. Ja, ist dein Fisch. Ah, schön. Ohne Animation. Okay. Ah, ich hab nicht gelesen, was das für Musik ist. Papa. Zack. Aber klingt lustig. Keine Ahnung, was das ist. Wollen wir direkt runter? Ja, ne? Zack. Und dann einmal hier rüber. Hab ich schon mal irgendwo gehört, die Musik? Kann's aber grad nicht einordnen. So, ein Deko-Kerl. Hi. Was verkaufst du? Ein schönes, mein Freund. Ja, komm, die mal mit. Hm, für 60 Kubine. Geht das doch klar. So, und wieder zurück. Ähm, müssen wir Ruto eigentlich oben noch abholen, oder ist die jetzt schon ready für Spaghetti? Weiß ich grad gar nicht. Schauen wir mal. Du, du, du. Okay. Ich glaub, Gegner müssen wir sowieso alle töten. Da gibt's die Schatzkiste. Kann das sein? Bin grad nicht mehr so sicher. Boah, komm, die her. Killer-Seifen-Blase, alter. Okay, keine Schatzkiste, leider. Aber das gibt ne Fee für Ocarina of Time. Hm. Weit so geraten. Aber ich hatte recht. So. Ja. Hier gibt's ja keine mehr. War das schon was mehr? Äh, war das Master-Quest? Toll. Wo's ne Schatzkiste gab? Oder muss ich noch die Seifenblase vielleicht töten? Die Seifenblase töten. Zum Platzen bringen. Warte. Die ist ja natürlich da drüben. Nö, das hat auch nichts geändert. Okay. Äh. Hudo, bist du da? Die ist nicht da? Nö, du Kuh. Ist die allgemein nicht da? Wie ist denn das? Zack. Egal, ich nehm sie später mit. Vielleicht hockt die auch oben. I don't know. Was ist denn das eigentlich für ein Raum? Ich dachte eigentlich, hier gibt's eine Scooby. Huch. Aua. Ist hier ne Schatzkiste? Hä, ist das ein sinnloser Raum? Tatsächlich, ne? Ich dachte, hier ist eine Schoolteam mit drin. Aber nö. Okay. Äh. 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 Bapapapa. Bam. Hudo? Hudo. Hi. Ja, so gefällt mir das. So. Da sind wir eben hochgeklettert. Ja, theoretisch. Wir müssen es ja nicht mehr mitnehmen, ne? Ne. Wir gehen direkt hier lang. Genau. Dann einmal komplett nach links. Und machen hier erstmal das Ding auf. So. Und dann können wir zapfen. Ich fände es irgendwie cool, wenn es in Ocarina of Time noch irgendwie ein Upgrade für den Boomerang gäbe. Fände ich, glaube ich, nice. Bis jetzt auch gar nichts bekommen, was irgendwie nützlich ist. Schade. Geld für Majora's Mask. Na gut. Mh. Na, 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 na. So. Zack. Welcher hat sich erledigt? Der direkt. Okay. Nein, da. Da killen wir Seifenblasen. Das machen wir auch ganz easy. Warum auch immer da so ein Limit ist. Ist doch voll bescheuert, oder? Mit dem Limit. Äh. Zack. Bapapapa. Immer der beste Trick. Einfach mit Degu-Nuss-Seifenblasen kaputt machen. Macht es viel einfacher. Ein Degu-Stick. Wundervoll. Bapapapapa. So, dann haben wir die zwei. Mh, mh, mh. Dann gehen wir erstmal hier lang. Das sollte auch schnell gehen. Bapapapa. 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 Was ist das für Musik, ey? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Oder ich gucke selber gleich nochmal. Gibt es eine Schatzkiste? Nö. Okay. War nur für Progress. Zack. Und hier haben wir nochmal Mandarauchens, ne? Ja. Zack. 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 War's das? I guess. Degu-Nüsse sind so unterschätzte Items. Uh. Das ist was Gutes, oder? Schlüssel. Shadow. Shadow-Tempel. Cool. Okay. Aktuell noch unnütz. Weil uns fehlen halt noch die Boots. Die Hover-Boots. Ah. Wo ist sie hin? Sie ist weg. Macht irgendwie Spaß mit der Musik. So. Zack. Der letzte Tantagel. Ich glaube, wir schaffen das heute auch in der Folge vielleicht. Wenn ich ein bisschen Überlänge mache. Müssen wir mal gucken. Wenn nicht, mach mal halt noch eine Extra-Folge. Gibt es eine Schatzkiste? So wenig Schatzkisten. Okay. Dann. Ich hoffe, Rudo steht direkt wieder hier. Die brauchen wir jetzt nochmal. Ja. Da ist sie. Jo. Hey. Haben wir es noch gleich schon geschafft, ey. Oh. Danke, Rudo. Ba, ba, ba. So. Zack. Nice. Aha. Green Groupie. Ba, 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 ba. Ich habe, glaube ich, schon vergessen, wieder was zu tracken. Kann das sein? Haben wir hier drinnen schon mal eine Spür, die gesammelt? Bin mir wahrscheinlich nicht sicher. Noch ein grüner Rubin. Warte mal, haben wir hier schon... Ja, wir haben noch eine. Eine hat man noch gesammelt. Ja. So müsste es passen. Okay. Dann Boss-Time. Was? Das ist witzig. Okay. Ba, ba, ba. Ich habe gerade ein bisschen gekraxelt in der Musik. Merkt ihr das? So ein bisschen krack, krack, krack. Ich hoffe, das ist nicht ganz so stören. Und ich hoffe, es ist nur wegen der Musik hier. Wegen dem Sample. Hm, 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 hm. Okay, hier kriegen wir also Udolvos Maske. Udolva? Udolva. Hm, hm. Zack. Ist das eigentlich ein Bonnet? Jo. Easy. Gut, dann haben wir es ja jetzt auch schon gleich geschafft. Jo. Was war das denn? Oh Mann. Du Penner. Ja. Das war schlecht. Das war so schlecht gerade. Okay. Und aufs Neue. Zack. Wundervoll. So muss das laufen. So, dann haben wir unsere Brücke. Äh, können wir uns noch eine Skulti gönnen? Gibt es hier nur vier Skultis? So, Kiste brauchen wir noch. Habe ich jetzt irgendwo was verpasst? Ba, ba, ba. Psst. Ba, ba, ba. Kommt mir so wenig vor irgendwie? Halt echt wirklich wenig, oder? Dö, 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 dö. Na egal, wir kriegen ja noch ein bisschen was vom Boss. Hoffentlich. Ansonsten bin ich jetzt nicht so krass überzeugt, tatsächlich. Oh Mann. Finde ich gibt uns der Boss wenigstens noch was Schönes. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Dungeon müsste, glaube ich, completed sein. Ich guck mal kurz. Ja. Skuldies haben wir alle. Ich hab gerade gekraxelt. In der Aufnahme. Das gefällt mir gar nicht. Tut mir auch mega leid. Ähm. Aber es kann auch sein, weil ich hatte gerade eine lange Pause gemacht und hatte alles aus. Und dass da irgendwie eine Audit-Datei nicht richtig geladen hat. Okay, jetzt geht's eh in den Boss-Fight. Let's go. Was haben wir denn für einen Boss? Oh. Bleibt der Originale. Monkey Island ist wieder am Start. Mhm. Okay, ich glaube, wir können's eigentlich genau so lassen, wie es ist. Let's go. Ja, da haben wir den Dungeon doch schön in einem Part abgeschlossen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch ein schönes Item. Also theoretisch kann's ja nur der Herz-Container sein, der noch gerandomized ist. Ansonsten wissen wir ja schon, dass wir Udolvo's Maske bekommen. Oh. Suck. Aua. 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 Lalalalalalalala Okay. Das war der. Wirklich perfekt. In einer Folge geschafft. Und jetzt gib mir noch ein schönes Item. Komm schon. Ah. Wieder so eine blöde Fee. Auf Jokarin of Time. Brauch ich halt nicht. Und jetzt Udolvos Maske. Udolvas. Udolvos. Okay. Äh. Free. Deku. Deku. Yabu. Ich hab mir einen Yabu bekommen. Das wolltet ihr doch, dass ich das einstelle, ne? Äh. Das hab ich im Wassertempel bekommen. So. Keine Ahnung, wo ich das grüne Medaillon her hatte. Müsst ihr mir doch mal schreiben. Shit. Wir haben einfach nix bekommen. Nix, was uns krass weiterhilft jetzt. Mann. Ich dachte, die haben jetzt voll den Game Changer damit. Und kriegen voll die krassen Items. Aber ne. Wir haben es abgeschlossen. Aber geändert hat sich jetzt nicht viel. Äh. Okay. Was machen wir in der nächsten Folge? I guess. Wir können in ein Feuertempel. Und wir können In Kann ich hier mit den Eispfeilen eigentlich was machen? Ich hab gar keine Eispfeile als Kind. Scheiße. Kann ich noch irgendwas machen hier? Ne, ne? Aktuell nicht. Ich denke, wir müssen In Majora's Mask weitermachen Und gehen In den Ne, in den ersten Tempel rein. In den Schneetempel. Das können wir noch machen. Ansonsten bin ich wieder ratlos. Shit. Sag ich da nur. Shit. Okay, Leute. Ich bedanke mich. Ähm. Das muss bei eins bleiben, ne? Weil das hier ist extra. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal schauen wir mal, Wie wir hier mit der Misere weitermachen. Also, ja. Ich hätte echt gedacht, Wir kriegen jetzt ein schönes Item. So viele mögliche Items, Die da drinne waren. Aber nix Gutes für uns. Leider. Schade. Tja. Wie es weitergeht, Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und, äh. Ob es überhaupt weitergeht, ne? Wir hatten große Hoffnung. Und die sind alle zunichte gemacht worden. Wir haben Majora's Mask. Und, äh. Ab in Schneetempel. Das ist erstmal mein Guess. Da können wir ein bisschen was machen, Weil wir haben Feuerpfeile. Wir haben. Wir haben. Ne, Bosski haben wir nicht. Aber wir haben Feuerpfeile. Wir haben Gronhaut. Das heißt, Theoretisch können wir erstmal Gut was reißen. Ein paar Schätze sammeln. Müssen wir mal gucken. Ähm. Ja, Zelda's Wiegenlied, ne? Zelda's Wiegenlied müsste halt endlich mal irgendwo droppen. Das wär halt nice. Oder Feuerpfeile können wir halt nochmal gucken, aber. Das war's dann auch. Okay, Leute. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.